Leadcon 2023, ich bin hier am Stand von Lightpower, neben mir steht der Manuel und Manuel, du hast uns eine neue Lampe von ProLights mitgebracht. Ja genau, hallo erstmal, ich bin Produktspezialist für ProLights und ich habe mitgebracht den Astra Hybrid 330, ein Hybrid Moving Light 330 Watt, Weißlicht LED, 7000 Kelvin, CMY Farbmischeinheit, zwei Gobo-Räder, Animation Wheel, vollgepackt mit Funktionen, also das lässt eigentlich keine Wünsche offen, würde ich sagen. Das hört sich nach einem super Gesamtpaket an, wie sieht es aus mit Lieferverfügbarkeit und Zumietbarkeit? Das Produkt ist verfügbar ab Lager Paderborn, also wer es gerne haben möchte und in Kürze auch im Rentalstock bei Nicklin verfügbar. Ja, das hört sich doch super an.